hey servus leute lange nicht mehr gesehen ich bin julian von smash tv und wie ihr seht neben mir steht eine fette bastel vom batman und zwar willkommen zu unserer neuen rubrik smash collectibles hier zeige ich euch statuen bürsten von zeichu eigentlich von fast jeder guten firma und ja schauen wir uns mal den ganzen batman jetzt hier an das ganze kommt von muckle mannequins der ersten deutschen firma die wirklich auf live-size starten und bürsten spezialisiert ist selbst microsoft und andere große firmen geben immer muckle mannequins die aufträge um werbeaktionen prs alles möglich zu machen und das mit diesem großartigen startung die ganzen sind eigentlich nicht im einzelnen erhältlich aber ein anruf genügt beim muckle und du kriegst das ding vielleicht doch dieser wunderbare batman kostet 350 euro und es ist wirklich ein prachtvolles stück für jeden heimkriemen enthusiast film enthusiast also echt ein perfektes teil wenn ihr mal ein batman wo ich im wohnzimmer stehen hat vorausgesetzt eure frau oder freunde erlaubt das das ist nicht mal so einfach aber nicht steht da klar vielleicht kennen die die sideshow statuen und man weiß hat schon macht richtig guten job und die bringt natürlich auch jetzt nächstes jahr ein batman bist du raus auch im maßstab 1 zu 1 und ist natürlich besser aus aber kostet sich auch 749 euro anstatt ich werde gleich mal ein paar bilder einblenden von sideshow und da seht ihr mal den unterschied aber ansonsten für das geld bekommt ihr echt super teil ja so die ganze bürste besteht eigentlich aus fiberglas genauso wie alle anderen produkte die maklomanik ins rausbringen also da sind fast so nicht aus fiberglas und persönlich super teil sehr zu empfehlen macht echt ein super job in der vitrine oder auch irgendwie das ding schnell anwollt erst auf jeden fall hingucken wenn eure kumpels herbeikommen und mal wieder eine krasse hier badband session gemacht wird dann klar sehr zu empfehlen also von mir unangestellte kaufempfehlung wenn ihr bock habt fast hin oder für zahlen nicht jedermanns sache aber das heißt wir zeigen euch coole sachen und sehen uns beim nächsten mal oder wann bin der julian tscher Untertitelung des ZDF für funk, 2017